Servus Leute, heute habe ich zwei Szenen für euch auf Customs. Einmal war ich auf meinem Main-Account mit der Glock 17 und PvP-Ammo unterwegs und einer Sniper dazu. Und da war die ein oder andere Überraschung in der Runde. Und in der zweiten Szene war ich dabei, die Setup-Quest, die Silent-Caliber-Quest, auf meinem zweiten Account zu erledigen. Das heißt, ich war mit der 1.5.3 Shotgun unterwegs, mit Flachette-Ammo, hatte den Uschanka auf, eine Skeff-Weste. Ihr kennt sie, ihr hasst sie vielleicht, die Quest. Und ja, das war auf jeden Fall ein Teil davon, wie ich die auf meinem zweiten Account erledigt habe. Und da ging es auf jeden Fall auch ordentlich zur Sache. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über Abo freuen, Daumen nach oben und Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Okay, der ist tot. Da war da hinten noch einer. Hey Subhans, Dankeschön. Immer positives Feedback. Das waren beide Spieler, ja. Einer wurde von wem anders noch erschossen. Doch einer. Puh. Sit down. Kurz mal geklärt. Hey Matterhorn, servus Leia. Der hatte mich auch gesehen, krasse Ziege. Superhans, ich glaube, so einen krassen Bartwuchs habe ich dann nicht, aber... So einen Schnauzer würde ich mir, glaube ich, auch nicht wachsen lassen. Mal schauen, wo es hinführt. Erstmal muss das Goal fü- What the fuck? Warum der Schar, weil ich krank bin? Er hat zwar bloß eine billige Waffe. Ich will ihn snipen. Sicherer, als sich jetzt umzudrehen mit der Pistole. Ich bin noch die ganze Zeit erkältet in Matterhorn, leider. What the fuck? Ah, das sind die Goons. What? Ei, ei, ei. Special Asian, danke für die T1. Im fünften, wir kommen zurück in den Abo-Falle. Danke für den Support. Und servus, wie geht's? Das sind die Goons. Das war auf jeden Fall BirdEye, der da saß. Fx, ja, bin ich. Das sind die USEC-Bosse. Ich will die nicht mit der Pistole im Nahkampf machen. Wo sind die? Hat sie wieder PB19 angehört? Ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall... Die Tracer sind da ein bisschen... Ich dachte erst, es werden Cheater... Oh, da sind sie. Ja, da unten rein. Oh. Jo. Da liegen sie. Okay. Scheiße. Scheiße. Mein Gott, stirb doch. Das sind drei Stück. Mann. Nee. Nein. no 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 Okay Das war night, es fehlt noch Big Pipe So soaking So 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 Naja, Donnerstags soll die Streets kommen, mit Sicherheit. Immer Donnerstags. Ich glaube, Spartour ist so weit. Okay. Die haben sehr gute Waffen, ja. Und Items. Okay, wo ist der zweite? Der war auch hier unten. Big Pipe. Oh Mann. Oh Mann. Ich will den nicht mit einer Pistole pushen. Ich will den nicht mit einer Pistole pushen. Oh Mann. 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 Ich denke, der wird irgendwo in Fort Knox sein. Ich habe definitiv die falsche Waffe für sowas. Balli, 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 Alter. Carrie, Dankeschön für den Raid. Wir kommen an alle. Ich hoffe, du hattest einen guten Stream. Schön, dass du wieder da bist. Überfall. Servus an alle. So. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich habe schon zwei von drei Goons gekillt. Und irgendwo hockt hier noch Big Pipe. Und ich habe bloß eine Pistole. Einen ekelhaften Sonntag, ja. Sag ich doch, ich habe die falsche Waffe dafür. Sag ich doch. Scheiße. Instant Head Jaws. Die Shots auf die waren so gut. No. Ich schaue mal, dass wir sie lieber in den Dorms bekommen, oder? Da ist gerade einer, der vielleicht den Marktrum aufmacht. Der war auch mit der Schotty unterwegs. Was geht? Ne, Spieler. Mit Ushanka und Shotgun. RIP. Komm, bitte habt den Marktrum aufgemacht. Elf. Ah, Sydney Souls. Ah, Sydney Souls. Ah, Sydney Souls. Hä, wieso sind meine Kronen so weit drunter? Ey, fuck Hat einfach mal gar keine Wieso ist denn meine Kronen so weit drunter? Hat er mich zweimal getroffen? Das war's Okay, wir gehen da in die Richtung Charge Wenig Rüstung, nur eine Nahkampfwaffe mit Flaschette gegen mehrere Das ist eine gute Idee Stole oder sowas Hat die Paed Acta in ihrem Graben, sehr gut I like Wenn sie still halten, geht's sogar Dem Klimmim, vielen Dank für den Follower, willkommen Einen Bräu noch Fights im Grün mit dieser scheiß Shotgun, ey Ja, I take it What? What? What is that? Oh, what? Sie können Oh, gut zu wissen Ach, das ist so eine scheiß Karabine Alter Problem ist, der kann überall sein Kann ich nade Was ist das? Ich bin der Ich bin der What the fuck ist hier passiert, ey? Ich glaube, er liegt im Graben bei denen. Ist auch ein Toter. Ey. Ich habe ihn gehört. Er ist aufgestanden und so ein Scheiß. Ich denke, das ist er. Nehä. Er ist auch tot. Ich habe ihn 100% aufstehen hören. Ey, die haben alle sowas von das Gier. Gleich wird es hässlich, das glaube ich auch. Ah, da ist er. Da ist er. Ohne Scheiß, ey. What the fuck? Wie viele Tote liegen hier? Er ist noch fünf. Jawohl. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Tote? Hey, Swaggy, servus. Und wer bist du? Level 12, ich vergebe dir. Ei, ei, ei. Untertitelung des K телäres. 42- Hey. Be obrigado. Aufwand. Das ist er. Er. ragecent. Da. Mal. I'll see you again